hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play take it black cultures machen nur für cobblestones ach okay ich weiß ich weiß was das gehört jetzt die Kinder auch mit den Kultus noch nur für Kostens nee wie sie das ja wenn wir dann wie die Mette produzieren soviel weißt du die Warte jetzt haben wir Angst zu 20 Generatoren es zeigt sich immer noch so an in der Kiste sind nur 10 aber es wird das 20 angezeigt das verdoppeltes was willst du überhaupt machen warte okay das kann ich so nicht beeinflussen gott das ist gerade so schwer okay es ist so fehl ich zeig's dir nachher aber jetzt komme ich zuerst wieder zurück in den Server damit wir endlich fertig machen können Jakob ja das wäre jetzt echt mal nett ja du weißt du was zeig's mir zuerst sonst nur ne ich zeig's dir nachher noch schnell okay was machst du eigentlich noch ähm Moment ich 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 mache weitere dann ist es zu tun platzieren dass ich nicht einfach hin und her laufen muss die ganze Zeit weißt du nicht du kannst schon mal kurz sonst antworten 4 eben für diese Kiste dort weiß was wieso Jakob genügt das jetzt nicht vorerst mal ich hoffe noch der Beitrag gemacht dass wir dort hinten dann dass sie nicht die ganze Zeit hinterher fließen das gibt nur es gibt uns dort dass sie nur noch umführen müssen nehmen wollen wir das auch noch automatisieren dann mit der Menschen schieben dann durch hinten nicht zu tun er steht wir können noch kommen sonst transportieren gehen Prozent scheiße man es reicht noch nicht mal da ist es wirklich immer betreiben oder da müssen wir nicht mehr laufen ne das musst du auch wieder bedenken vorerst müssen wir nicht mehr laufen wir reden wir müssen an die Köln mal umsetzen und dann wirklich ein 64 mal 64 mal dass wir wirklich aus sozusagen unendlich zu müssen haben die wir nichts wir haben haben wir haben wir wir in 2 noch etwas und sich steckt es wird kommen die Schuhe um die Schuhe sie finden Kostens bei der Welt war ja gar nicht das haben wir gerade noch 5000 im System die Schöne hatten wir sind tausend oder neun ja jetzt wissen wir für uns kommt es zum gutes Scheiß verbrauchen wir brauchen und zu füllen nicht mehr viel Foto noch Loll es wird mal was wie das jetzt geleert wird weil ich weiß mit dem FSU geht aber okay die geht schon richtig runter hoch sind auch noch nicht alle Generatoren vor ich weiß es ist ich noch nicht der Strom zu bestimmen ich ja ich hätte nicht Prozent legt den Strom mal schon nicht stehen ist es gut für alles das ist jetzt machen das soll es in die sollen sich mal ein bisschen dort abnüttelt das hängt jetzt auch mal so dass die sich jetzt mal ein bisschen für die fühlen sich ja liegt das gibt der Strom haupt die in der Mitte nicht die Welt sich dann empfüllen wird nur kurz Klassenkampf machen hier nicht irgendwann werden die sie und sich jetzt so ein paar Stationen machen in der da somit zehn Punkten und vor Ort das macht hier schon wieder ja für warum nicht weißt du wie viel Strom geht dann haben ich glaube es sollte wirklich aber auch als alternative Atomstrom nutzen hier davon ist so Murat gab es sich um 40 betran sie sich um so warum warum arbeiten kein Strom Mieter die Strömung er hat noch ein bisschen Ström das Schiff ist die Sitzung nur noch was die Kälte ist es wie er ausschaut noch und hier das ist auch aus Schulten Prozent 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 berufen sich an jetzt fühlen sich die und jetzt ist es gut das ist schon und klicken mehr von hier von unten warum es nicht einfach hier nur die Säge des Schickens durchfließen doch hast du einen Typ gebratet 5 gebratet bretelt schweizerte die Schnelle es kann mir ein bisschen dazwischen ja schon so aber ja was ist das ist mein Leben wir haben nicht mehr mal Röttenfleisch die Pilze wusstest du das ich auch nicht es kann auch ein bisschen länger gehen ist die gefüllt sind alle ich glaube ich ich hatte noch schicken geben die neue ist es ich brauche noch mehr was noch nie was hat mir es ist aber noch zweimal ich habe noch zwei Maschinen Steel wir haben noch wir haben noch 3 Junghühner das ist gut die Generatoren fühlen sich die Tanken jetzt nicht der FISU ist bei 2 Millionen 2,5 und so zu schützen ist bei 10 Millionen kann man hier nach hinten bist du was wie die sich freilich war das ja alles voll wir haben wir haben zwischen 14 und ich bin nur noch kurz schauen wie das Haus jetzt auszutreten das was ist es ist es auch nicht gesagt doch nur auf 5 5 ich wollte ich kann nicht Spinnen 3 ich bin ich bin ich bin ich bin es ist die Beine das war vom Haus was hab ich das zu folgen und ich was man hat an der Pflicht er näher sich ja mal mit in sie mit Prozent von Mieter sie immer durch die Karten mal nicht bei den Bäumen sie die alles selber gewachsen so schnell sie sind sie sind so schnell gewachsen ich bin reichen auch Komikal komm das ist auf ein bisschen nur noch kurz Alter und für nun schon sie schon fast alle dass sie ausliefern sie sind ich weiß wie ihr nachlesen nur kurz mal ein Jahr ich will das hier befolgt sind ja ich glaube dass die Strom produzieren man schließt sie an ist doch egal komm schon ich will wenn wir nicht hier ist die Juli mit produzieren ich bin ich bin ich bin okay ich bin ich bin vollkommen seit der Montag ist ja zwei jährlich ist es stimmt meint das auch geschützt der Kälte würde ich sagen dass wir es die gewissen von der langen auf dem Ticket Wohin schaust du ich bin in die Tränen die ist so die Köpfe synchron machen übereinander jetzt genau okay dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Techke bis dahin Leute Tschüss Tschüssi Hallo Leute und herzlich willkommen zu weiterentwickelt und laden Let's Play Techke geile Schokolade ist super die Schmerz kann man die Musik an gut sich wir brauchen Träger und Zofoto was auch hier ja was so was haben wir so heute voreiliglich Prozent wir versetzen die Korin die hat die Prozessin um zuerst an von 18.000 stein haben wir noch nur noch zweiter äh 200 vorig ja ja wegen Jujo Meta ja ich ja nicht sagen wie viel wir haben nicht sagen ich will selber nachschauen ist nichts gespongen leider leider ist denn nichts gespongen na dann also ich mach mich mal auf dem Weg ja hast du Weizen oder so zum die Tiere mitnehmen wirklich Tiere mitnehmen ja ich denk's schon oder ja wir haben gar keinen Stall ja noch nicht ja okay ja okay dann halt ich geh einfach mal so kannst du die Eier hier noch reinwerfen dann dann so wer den Expo wahrscheinlich so alle die Möse jetzt kommt dann gleich ein weiteres Julio Mato okay ich gehe 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 mal den Query abbauen kann ich den Abbau ja kann es einfach abbauen und wir haben Ok nicht schlecht werden 3 Stacks 16 und hier wird unsere Energie gefressen wie nichts aber ich denke irgendwann auch noch eine Pumpe machen weitere von uns machst du das machst du Sven und macht es noch wohlfahre sie haben ein Enderman im Haus er kann hier gar nicht spawnen dann ist er nicht hier gespawnt wahrscheinlich sondern ich habe mir jetzt Agro gemacht aber jetzt ist er verschwunden naja egal die ist Sau die er ist stark er kann hier nicht drin spawnen auch jetzt ist er hinter mir und jetzt ist er wieder weg der will mich verarschen ey der hat mich geschlagen und ist dann direkt weg geforscht ohne dass ich ihn überhaupt gehauen habe du hast ein Echo bei dir irgendwie was finde ich jetzt ne ist es bei dir wirklich? ja fail ach das Netz baut sich schon ab ja das baut sich schon ab was ja warte ich brauche noch ich brauche noch weitere Landmarks ich denke Sven dass es schneller geht kann es sein dass hast du hier unten die Transreformer ja habe ich habe ich ok wir brauchen noch Glasfaserkabel eben hier kann man schon wieder die äh die Karte groß machen mit welcher mit x ach ja ja mit x ok bist du hier fertig bist gehe ich doch ein bisschen so ich weiß was viele Tiere meistens bei diesem Gebiet wie heißt das Gebiet schon wieder so irgendwie Sumpf? ne ne ähm es sehr also viel Grasland und so wenig Bäume steppe nein was dann warte warte ich guck mal nach das heißt ähm Highhills ja genau Highhills genau Urland kann man natürlich auch sagen so keine Ahnung Highland n naja passt das auch wirklich zum Haus ich weiß was ich was du meinst die Dschungelwurz der ist warte kurz ich will auch mal schauen irgendwann später können wir uns endlich noch um den Anzug kümmern um den Anzug ne ich finde nicht zu es passt nicht oder nein eben warum machst du und warum machst du somit ist der ist so ganz normal wir könnten es zerschneiden dann wird das vielleicht besser aus so so Panels ja du kannst die Blöcke nehmen und zerschneiden du kannst auch so Panels machen so Panels machen nein 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 obwohl wir mehr Arbeiter vielleicht wird es gar nicht so schlecht aus sein nein Jakob ich hab schon meine Vorstellung wie das Haus aussieht ich mach's mit normalen äh das ist der dann noch nur zwei Mining Glazers du? ok und ich mach Sven noch ein Lab Pack ach ja danke so ein Lab Dance Pack was? ist was? das ist man hat was gesagt nur wir haben ja jetzt Muhammad das ist gar nicht mit Muhammad natürlich wird es dann machen oder sie neue hatten die nicht noch mehr treten